Volker Ebersbach ist ein deutscher Schriftsteller. Leben Volker Ebersbach ist in Bernburg-Sahle geboren und aufgewachsen. Er besuchte die Goethe-Schule und die Heinrich-Heine-Schule als Grundschulen und danach die Oberschule. Hier wurde er sehr von seinem Deutschlehrer und Kunsterzieher Karl Görner gefördert, der ihm insbesondere ein Germanistikstudium in Jena nahe legte. Ebersbach hat ihm später unter dem Titel »Sein Lob war, guter Rat« ein literarisches Denkmal in dem Buch »Die letzte Fahrt der Württemberg« gesetzt. Ebersbach folgte dem Rat von Görner und studierte nach Abitur und Schlosserlehre 1961 bis 1966 klassische Philologie und Germanistik an der Friedrich-Schiller-Universität Jena, promovierte dort 1967 über den römischen Satiriker Titus Petronius, lehrte Deutsch als Fremdsprache ab 1967 in Leipzig, 1968 in Bagdad, 1971 bis 1974 an der Universität in Budapest, wo er auch mit seiner Familie lebte. Seit 1976 ist er freier Schriftsteller, Übersetzer und Herausgeber. Er schreibt Erzählungen und Romane, Kurzprosa, Gedichte, Essays, Kinderbücher, Biografien und Anekdoten. Er übersetzte aus dem Lateinischen ausgewählte Werke von Katul, Vögel, Ovid, Petronius, das Volte, Relit, Janus, Panunius und Jan Koch, Hanowski. 1985 erhielt Ebersbach den Laienfeuchtwangerpreis, 1993 war er Stipendiat des Künstlerhauses Wipersdorf und des Schriftstellerhauses Stuttgart. Von 1997 bis 2002 war er Stadtschreiber in Bernburg. Danach lehrte er bis 2004 an der Universität Leipzig. Ebersbach, der seit 1994 Mitglied des Pen-Zentrums Deutschland ist, veröffentlichte Poser, Lyrik und Essays. Einzelne Werke wurden in slowenische und koreanische übersetzt. Er lebt am Stadtrand von Leipzig. Werke, Der Sohn des Kassiken, Selbstverhör, Verlag Neues Leben, Berlin 1978, Reklams Universalbibliothek 903, Leipzig 1981. Heinrich Mann, Leben, Werk, Wirken, Reklams Universalbibliothek 754, Leipzig 1978, 1982. Röderberg Verlag, Frankfurt 1978, ISBN 3-8-7-6-8-2-4-4-2-7. Franzisko Pesaro, Glanz und Elend eines Konquistadors. Ulstein TB Berlin 1980, 82, 84. ISBN 3-3-5-5-0-0-2-0-0-3. Übersetzt ins Slowenische 1987. Peter auf der Faxenburg. Punkt. Kinderbuch Verlag Berlin 1982 und öfter. Illustrationen von Antje Fred Wurst-Kohlberg. Der Verbande von Tommy. Punkt. Buch Verlag Der Morgen, Berlin 1984, 86. Säume in Teplitz. Pop Grimmer 1984, 1999. ISBN 3-9-3-2-9-6-0-0-7-6. Gaius und die Gladiatoren. Punkt. Verlag Neues Leben, Berlin 1985, 87. ISBN 3-3-5-5-0-0-4-2-5-1. Rung und seine unbehausten Dichter. Punkt. Mitteldeutscher Verlag, Halle, Leipzig 1985, 87. ISBN 3-3-5-4-0-0-2-6-0-3. Der Schatten eines Satörs. Historischer Roman um Titus Petronius. Buch Verlag Der Morgen, Berlin 1986, ISBN 3-3-7-1-0-0-1-2-8-8. Adam im Paradies. Verlag Neues Leben, Berlin 1988, ISBN 3-3-5-5-0-0-6-2-5-4. Tiberius, Erinnerungen eines vernünftigen Menschen. Mitteldeutscher Verlag, Halle, Leipzig 1991, ISBN 3-3-5-4-0-0-6-0-9-9. Caroline. Historischer Roman, Ulstein, Frankfurt 1992, ISBN 3-5-4-8-3-0-2-7-8-5. Buch Club 65, Berlin 1989, ISBN 3-7-4-0-4-1-1-135. Neues. Übersetzung aus dem Lateinischen von Publius Vergelius Maro. Prosaübertragung. Reklams Universalbibliothek 929. Leipzig 1993, ISBN 3-379-0-0-1-3-8-4. Klassikerstraße, Bilder aus Deutschlands Mitte. Punkt. Mitteldeutscher Verlag, Halle 1993, ISBN 3-3-5-4-0-0-8-0-9-1. Fünf Etüden über einer Selei, Goethe und Lenz. Bolt Literatur Verlag, Winsen, Weimar 1994, ISBN 3-9-2-8-7-8-8-1-0-8. Leipzig, eine Stadtlandschaft. Punkt. Mitteldeutscher Verlag, Halle an der Saale 1994, ISBN 3-3-5-4-0-8-1-5-6. Begegnungen der Weltgeschichte. Punkt. Edition, Leipzig 1994, ISBN 3-3-6-1-0-4-2-2-5. Nietzsche in Turin. Bolt Literatur Verlag, Winsen, Weimar 1994, ISBN 3-9-2-8-7-8-8-1-1-6. Landkreis Bernburg. Anhaltische Verlagsgesellschaft, Dessau 1997, ISBN 3-9-1-0-1-9-2-4-7-5. Eingeborener Genießer, Goethe Anekdoten. Bolt Literatur Verlag, Winsen, Weimar 1995, ISBN 3-9-2-8-7-8-8-1-6-7-3-9-2-8-7-8-8-2-1-3. Der träumerische Rebell Heinrich Heine. Punkt. Bolt Literatur Verlag, Winsen, Weimar 1997, ISBN 3-9-2-8-7-8-8-1-8-3. Heine liegt. Aus der Matratzengruft. Bolt Literatur Verlag, Winsen, Weimar 1997, ISBN 3-9-2-8-7-8-8-1-7-5. Karl August von Sachsen-Weimar Eisenach, Goethes Herzog und Freund. Punkt. Bölau, Köln 1998, ISBN 3-4-1-2-1-0-9-9-7-5. Geschichte der Stadt Bernburg. Zwei Bände. Anhaltische Verlagsgesellschaft, Dessau 1999, 2000, ISBN 3-9-1-0-1-9-2-6-5-3-3-9-1-0-1-9-2-7-9-3. Irne Zeit, Gedichte. Pop Grimma 1999, ISBN 3-9-3-2-9-6-0-1-1-4. Die Weinreisen des Dionysos, ein mythischer Roman. Bolt Literatur Verlag, Winsen, Weimar 1999, ISBN 3-9-2-8-7-8-2-7-2. Kinder des Narzis, Pop, Waldsteinberg 2000, ISBN 3-9-3-2-9-6-0-1-4-9. BRCH oder Die Unwirklichkeit der Zeit. Bolt Literatur Verlag, Winsen, Weimar 2001, ISBN 3-9-2-8-7-8-8-3-4-5. Novalis im Liebeslabyrinth. Bolt Literatur Verlag, Winsen, Weimar 2001, ISBN 3-9-2-7-8-3-7-x. Köstliche Perlen finden sich reichlich ein Kügelgen-Brevier. Janosch Dekowitsch, Halle 2002, ISBN 3-8-9-9-2-3-0-2-4-8. Wilhelm von Kügelgen, der Hofmaler, der Erzähler und der Zweifler. Ein biografischer Essay. Eigenverlag, Leipzig 2002. Nietzsches Tragische Anthropologie. Leipziger Universitätsverlag, Leipzig Band 1 zu 2002 und Band 2 zu 2006. Die kleine Residenz. Ein Lesebuch für Bernburg. Kulturstiftung, Bernburg 2005, ISBN 3-9-8-1-0-1-7-0-0-5. Der gestohlene Selbstmord. Parabeln. Bolt Literatur Verlag, Winsen 2004, ISBN 3-9-2-8-7-8-8-4-8-5. Anekdoten über Goethe und Schiller. WTV, Weimar 2005, ISBN 3-9-3-7-9-3-9-1-2-1. Das Rosenwunder, Bolt, Winsen 2007, ISBN 9-7-8-3-9-2-8-7-8-8-5-9-5. Allgemeinbildung, Große Persönlichkeiten. Arena, Würzburg 2008, ISBN 9-7-8-3-4-0-1-5-0-0-5-0-8. Anekdoten über Goethe und Schiller. WTV, Weimarer Texte, Weimar 2011, ISBN 9-7-8-3-9-3-7-9-3-9-1-2-4. Und als ein Fremdling geblieben. Erzählungen, Nachrichten, Projekte Verlag Cornelius, Halle 2012, ISBN 9-7-8-3-8-6-2-3-7-8-4-7-0. Die letzte Fahrt der Württemberg. Erzählungen, Erinnerungen, Wendt Verlag, Leipzig 2012, ISBN 9-7-8-3-9-4-2-5-6-0-0-5-4. Preise und Auszeichnungen. Auszeichnungen. Untertitelung des ZDF, 2020